Herzlich willkommen, hier ist Mr. Yassin. In dem Video heute geht es um Unterschied therapeutischer Hypnose und Show-Hypnose. Denn es gibt viele, die Kommentare drunter schreiben, es gibt viele Therapeuten, die Show-Hypnose schlecht reden. Ich möchte einfach, da ich beides mache, also ich mache Hypnose-Coaching und ich mache Hypnose-Shows, deswegen möchte ich einfach von meiner Seite aus einmal das erläutern, dass einfach diese Vorurteile mal rausgenommen werden. Denn viele Vorurteile kommen immer so, in den Show-Hypnosen werden die Menschen lächerlich gemacht. Ich finde, das ist unglaublich gemein, so eine Aussage zu treffen. Falls jemand, der dieses Video sieht, bei einer Show von mir war, bitte schreibt mir einmal unten in die Kommentare rein, wie werden die Menschen in der Show von mir dargestellt. Ich möchte für mich selber sprechen. Ich weiß nicht, wie andere ihre Shows zusammenstellen. Ich weiß nicht, wie andere in den Shows dargestellt werden. Jetzt einmal zu dem Unterschied. Hypnose ist Hypnose. Es ist nicht so, dass das eine keine Hypnose ist und das eine eine richtige oder falsche Hypnose ist. Das stimmt nicht. Hypnose ist Hypnose. Hypnose ist ein Zustand, in dem die Menschen etwas im Kopf verändern, etwas Besonderes erleben und dementsprechend sehr empfänglich für Suggestionen sind. Jetzt kommt dann manchmal so die Frage, ja, Show-Hypnose funktioniert es bei jedem, Hypnose funktioniert es bei jedem. Es kommt immer darauf an, in welcher Stufe der Mensch in die Hypnose geht. Wenn jetzt ich eine Show habe, dann habe ich in den Zuschauern dementsprechend Menschen, die empfänglich sind. Für mich ist es wichtig, dass ich diese Menschen, die da empfänglich sind, dazu bringe, dass sie auf die Bühne kommen. Also, es ist in dem Moment sehr wichtig, dass ich Vertrauen aufbaue, dass ich den Menschen das Gefühl gebe, du bist bei mir richtig aufgehoben und du wirst nicht bloß dargestellt, du wirst etwas Besonderes erleben. Und dann kommen viele auf die Bühne. Ich schicke auch Leute wieder zurück, die eben nicht so empfänglich sind, die einfach das probiert haben, ob sie in diese Hypnose-Stufe gehen können. Diese Hypnose-Stufe nennt sich im Fachjargon Sumnambule-Hypnose. Also, eine Sumnambule-Hypnose ist die tiefste hypnotische Stufe, die es im Grunde genommen gibt. Weil der Mensch ist nicht mehr Herr der Lage. Dann gibt es Menschen, die dann sagen, man macht nichts gegen den Willen. Das stimmt nicht. In dem Zusammenhang macht der Mensch alles, was ich will. Alles. Jetzt sagt jemand zum Beispiel, ja, aber Moment, jemand würde ja jemand anderen nicht umbringen. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, pass auf, die Menschen, die gerade vor dir sind, das sind alles wilde Tiger, die dich fressen wollen. Und dieser Mensch würde zum Beispiel die Menschen im Umfeld erschießen. Ich meine, jetzt ist es ein gerade Extrembeispiel. Aber nur einmal damit zum Verständnis. Wenn ich jetzt sage, du gehst zur Bank, du hebst da Geld ab, du gibst es mir und vergiss es danach, dann vergiss dieser Mensch das danach. Ja, es ist auch so. Und mein Video zum Beispiel an der Kasse, wo ich direkt jemanden hypnotisiere und wo mir dann 20 Euro bezahlen, 500 Euro, das ist auch echt. Und es ist etwas ganz Normales. Es sind einfach empfängliche Menschen, bei denen das funktioniert. Die Techniken, die bringe ich, die bestimmten Techniken bringe ich auch niemandem bei, wobei ich gerade dabei bin, ein Seminar auf die Beine zu stellen, indem ich meine Therapiemethode zeigen möchte. Denn diese Technik, die ich auf den Bühnen verwende, verwende ich auch in meiner Therapie. Wenn jemand mit dem Rauchen aufhören möchte, kann ich innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von zwei bis drei Minuten, jemandem eine ganz, ganz tiefe Trance bringen. Wenn die Person gegenüber natürlich dafür empfänglich ist. So, jetzt geht es darum, Unterschied, Showhypnose und therapeutische Hypnose. Im Grunde genommen ist mir das egal, ob gegenüber die Person in der Show ist und in der Therapie. Wenn ich merke, die Person ist total empfänglich, dann kann ich innerhalb von zehn Minuten Allergien, Phobien, Höhen, Ängste, alles zack, zack aus dem Kopf rausnehmen und der Mensch verändert sein Leben innerhalb von zehn Minuten, innerhalb von fünf Minuten. Das ist alles möglich, das ist kein Problem. Doch das trifft auf so 20 Prozent der Menschen zu. Die restlichen, die sind auch empfänglich für Hypnose, allerdings muss ich dort anders arbeiten. Ich muss verschiedene Techniken anwenden. Ich verwende dazu auch das, was ich in der Blitzhypnose, in der Showhypnose verwende und was ich in der therapeutischen Hypnose verwende. Ich nutze dazu zum Beispiel so eine Art Gedankenspringen von da nach da, vertiefe die Hypnose und dann kann ich eben auch dort meine Suggestionen einbringen. Wenn jetzt 20 Prozent für diese ganz, ganz tiefe Sumnambule-Hypnose empfänglich sind, ja, dann sind die restlichen 90 Prozent auch nochmal für diese normale, entspannte Hypnose, für die tiefen Hypnose oder auch für eine leichte Hypnose empfänglich und man kann eben auch in diesen Stufen sehr, sehr viele Veränderungen durchführen. Also im Grunde genommen unterscheiden sich diese beiden Methoden im Grunde gar nicht voneinander. Ich habe auch Menschen zum Beispiel, die im Publikum sitzen, dann mache ich eine Hypnose bei allen Gästen, die da sind und selbst die, die nicht in dieser ganz, ganz tiefen Hypnose sind, selbst die bekommen zum Beispiel einen Lachanfall. Das ist zum Beispiel auch was ganz Normales. Und deshalb finde ich, man sollte nicht urteilen über das, was der eine oder der andere macht. Ich könnte genauso gut über Menschen urteilen, die zum Beispiel zehn Therapiesitzungen machen und der Mensch, der dahin kommt und ein Vertrauen mitnimmt, immer noch kein Therapieergebnis hat. Aber ich habe nicht das Recht, über einen Therapeuten zu urteilen oder über einen anderen Showhypnose zu urteilen. Fakt ist, das ist alles Hypnose und manchmal ist sogar Yoga Hypnose. Manchmal ist sogar ein ganz normales Gespräch eine Hypnose. Manchmal ist eine ganz normale Begegnung eine Hypnose und kann etwas im Kopf verändern. Und deshalb, wie gesagt, beides ist Hypnose. Sie unterscheiden sich allerdings eben in der Tiefe und beides kann dafür genutzt werden, um etwas zu verändern. Und Hypnose ist etwas, womit man sehr, sehr viel verändern kann. Und deshalb sollte man nicht dieses Vorurteil haben. Und ich bitte um Folgendes. falls du Showhypnose kennst und du denkst dir dann so, du gehst jetzt zum Therapeuten und du möchtest was in deinem Leben verändern und du erwartest, dass der Therapeut mit dem Finger klippst und du auf einmal Zigaretten ekelhaft findest, dann wirst du enttäuscht sein. Weil der Therapeut arbeitet eben mit einer anderen Methode. Der Therapeut arbeitet mit einer Suggestion, die er Schritt für Schritt vertieft und dich dementsprechend eine meditative, tiefe Hypnose bringt und du nicht diese Erwartung haben solltest, dass es das Gleiche ist wie bei der Showhypnose. Deswegen verstehe ich manche Therapeuten, die dann so gegenüber der Showhypnose so ein Vorurteil haben und sagen, ja, und das ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Man sollte einfach diesen Vorurteil von therapeutischer Sicht nicht haben, auch von der Show nicht haben. Man sollte einfach als Klient, der zu einer Hypnose geht, darauf achten, dass man nicht das falsche Vorurteil hat. Deswegen solltest du vielleicht mein Buch holen, das schreibe ich gerade, genau. Das wäre zum Beispiel, da beschreibe ich auch zum Beispiel genau diese Punkte, wie die sich voneinander unterscheiden, wie diese Stufen sind. Und vielleicht besuchst du dann auch im Kürze auch mein Seminar, weil da kommt auch nochmal sehr, sehr viel Input darüber. Schreib mir mal bitte unten in die Kommentare, was hältst du von therapeutischer Hypnose? Konntest du selber damit was verändern? Hast du meine Show schon mal gesehen? Wie fandest du meine Show? Schreib mir jetzt unten in die Kommentare. Und wie findest du eigentlich diese Videos, wenn ich dir Informationen gebe über meine Arbeit? Schreib mir das unten rein. Und dementsprechend möchte ich euch diese verschiedenen Themen erläutern. Ich bedanke mich. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, spätestens jetzt unten links abonnieren. Und schön, dass du da bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Mach's gut. Musik 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 .